Entweder bestehen wir oder wir zerbrechen. Es wird langsam Zeit, dass du was für dich selbst machst. Fang endlich an. Du darfst dich nicht darauf verlassen, dass die Welt dir auf halbem Weg entgegenkommt. Das hat sie gar nicht nötig. Verstehst du, was das bedeutet? Und wenn ihr dann in vier Jahren sterben in eurem Bett liegt, werdet ihr dann nicht bereit, jede Stunde einzutauschen von heute bis auf jeden Tag und einmal nur, ein einziges Mal nur, wieder hier stehen! Wennst du dir sterben, flieht und dir lebt! Grabeig beweg. und Wir können da hocken bleiben und uns den Arsch aufreißen lassen. Oder wir können uns wieder nach oben kippen. Ans Licht. Wir können aus dieser Hölle aufstehen. Wir können aus dieser Hölle aufstehen. Es wird langsam Zeit, dass du was für dich selbst gibst. Fang endlich an. Du darfst dich nicht darauf verlassen, dass die Welt dir auf halbem Weg entgegenkommt. Das hat sie gar nicht nötig. Verstehst du, was das bedeutet? Und wenn ihr dann in vier Jahren sterben in eurem Bett liegt, Wärt ihr dann nicht bereit, jede Stunde einzufausten? Von heute bis auf jeden Tag um einmal nur ein einziges Mal. Blutalz? 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 Gruntel? Blutalz? Blutalz? Kämpfer der Start etwas. Flieht der Leben! Wir können da hocken bleiben und uns den Arsch aufreißen lassen. Oder wir können uns wieder nach oben kämpfen. An das Licht. Wir können aus dieser Hölle aufsteigen. Wir können aus dieser Hölle aufsteigen. Wir können aus dieser Hölle aufsteigen. Untertitelung des ZDF, 2020